Die Hochschule für Bildende Künste Dresden genannt, wurde 1764 gegründet und ist damit eine der ältesten Hochschulen Dresdens. Standorte Kunstakademie an der Brühlschent-Terrasse An exponierter Stelle der Stadt an der Brühlschent-Terrasse, gleich neben der Frauenkirche, steht die Kunstakademie eines der drei Gebäude der heutigen Hochschule für Bildende Künste Dresden. Konstantin Lipsius entwarf den Vierflügelbau, der 1887 bis 1894 im Stil des Historismus errichtet wurde. Wegen seiner Monumentalität in der Stadt war er in dieser exponierten Lage umstritten. In dem Gebäude, dessen Glaskuppel wegen ihrer Form auch als Zitronenpresse bekannt ist, war neben der Kunstakademie das Ausstellungsgebäude des Sächsischen Kunstvereins untergebracht. Seit 2005 wird es von den staatlichen Kunstsammlungen Dresden als Kunsthalle genutzt, hatten alle Gebäude erhebliche Brandschäden erlitten. Bis 1952 hatte man diese so weit instand gesetzt, dass die Akademie den Lehrbetrieb wieder aufnehmen konnte. Zwischen 1991 und 2002 folgten umfangreiche Sanierungsarbeiten am Lipsiusbau, im Zweiten Weltkrieg zerstörte Teile wurden rekonstruiert. An der Brühlschenterasse befinden sich die Ateliers der Bildenden Kunst, die Grafischen Werkstätten, das Rektorat und die Ausstellungsräume der Hochschule, in denen unter anderem die jährliche Diplomausstellung der Absolventen stattfindet. Kunstgewerbeschule an der Günzstraße die Werkstätten und Ateliers der Studiengänge Restaurierung, Bühnen- und Kostümbild und der Fachhochschule Diplomstudiengang für Theaterausstattung sind an der Günzstraße 34 in der Johannstadt in den Gebäuden der ehemaligen Akademie für Kunstgewerbe angesiedelt. Pfotenhauer Straße Die Hochschule verfügt daneben ebenfalls in der Johannstadt in der Pfotenhauer Straße 81, 83 über eine Abteilung für Bildhauerei, deren Ateliers und Werkstätten 1910 auf einem großen Freigelände gebaut wurden. Jedes Jahr Anfang Juli findet an den Standorten Brühlsche Terrasse und Pfotenhauer Straße die Diplom- und Jahresausstellung statt. Geschichte 1764 wurde die Allgemeine Kunstakademie der Malerei Bildhauerkunst, Kupferstecher und Baukunst im Auftrag von Kurfürst Friedrich Christian gegründet. Untergebracht war sie von 1768 bis 1786 im Fürstenberg-Schönhaus. Ihr erster Leiter war der Franzose Charles Houtin. Nach Houtins Tod 1776 wurde Johann Eleazar Zeissig, genannt Schenau, gemeinsam mit Giovanni Battista Casanova alternierender Direktor der Akademie. Die Akademie war Nachfolgeeinrichtung der 1680 gestifteten Ersten Zeichen- und Malerschule. Sie gehörte zu den ältesten Kunstakademien im deutschsprachigen Raum. In der Polytechnischen Schule am Antonsplatz wurde ein 1875-76. die Königlich-Sächsische Kunstgewerbeschule Dresden gegründet. Als eine ihrer Abteilungen entstand 1876 auch das Kunstgewerbemuseum. 1906-08 zog die Einrichtung in den für sie vorgesehenen Neubau um. 1914 wurde das Kunstgewerbemuseum selbstständig, heute hat es seinen Sitz im Schloss Pillnitz. Aus der Kunstgewerbeschule ging die Staatliche Hochschule für Werkkunst hervor. Die 1950 mit der Akademie der Bildenden Künste Dresden zur Hochschule für Bildende Künste Dresden vereint wurde. Charakteristik. Heute gehört sie zu den Kunsthochschulen in Deutschland. Die aufgrund ihres unverwechselbaren Profils und dank bester Rahmenbedingungen für ein Kunststudium besonders attraktiv sind. Den Studierenden stehen großzügige Ateliers und sehr gut ausgestattete Werkstätten zur Verfügung. Die Ausstellungsmöglichkeiten der Hochschule sind hervorragend. Mit dem Oktogon unter der der Stadtbild prägenden Glaskuppel und den beiden angrenzenden großen Ausstellungsräumen sowie der ehemaligen Bibliothek und der Galerie Brühlsche Terrasse verfügt die Hochschule über großzügige Präsentationsflächen, die von allen Studiengängen und den Kooperationspartnern der Hochschule genutzt werden können. Die Neuausrichtung der Hochschule, die 1990 begann, bot die Chance, eine Akademie mit langer, erfolgreicher Geschichte und ausgeprägten Traditionen innovativ und organisch weiterzuentwickeln. Namhafte internationale Künstlerinnen und Künstler lehren und lehrten an der Hochschule. Die unterschiedlichen Angebote und künstlerischen Positionen im Studium der Malerei und Grafik sowie der Bildhauerei sind breit gefächert. Diese klassischen Eckpfeiler der künstlerischen Lehre finden an der Dresdner Hochschule Ergänzung, Diskurs und künstlerischen Austausch bei der Projektklasse Neue Medien und einer Fachklasse für übergreifendes künstlerisches Arbeiten. Die Studienmöglichkeiten erlauben es, sich innerhalb und zwischen den einzelnen Fachklassen zu bewegen und die Studienangebote optimal für die eigenen Anliegen und Projekte zu nutzen. Studiengänge Der Studiengang Bildende Kunst umfasst zehn Semester und schließt mit dem Diplom ab. Der Studiengang Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Kunst- und Kulturgut zählt zu den ältesten und renommiertesten Ausbildungseinrichtungen auf universitärem Niveau in Deutschland. Der Studiengang Bühnen- und Kostümbild und der Fachhochschule Diplomstudiengang Theaterausstattung bieten mit ihrer praxisnahen Verflechtung von entwerfenden und umsetzenden Disziplin Möglichkeiten, wie sie andernorts kaum zu finden sind. Mit dem im April 2000 fertiggestellten Labortheater in der Günzstraße, einem gut ausgestatteten Probe- und Experimentierbühnenraum, hat die Hochschule für die Theaterstudiengänge zusätzlich neben den Ateliers optimale Arbeitsmöglichkeiten geschaffen. Der seit 1996 neu etablierte Postgraduate Studiengang Kunsttherapie wird sonst nur noch an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin angeboten. Künstlern und Kunstpädagogen werden nach einem Abschluss Qualifikationsperspektiven im künstlerisch-sozialen Bereich eröffnet. Aktuelle Künstler-Professoren Folgende Künstlerlehren an dieser Hochschule Bildende Kunst Peter Böhmels Malerei, Grafik und andere Medien der Bildpoesie Eberhard Boslett Skulptur und Raumkonzepte Monika Brandmeier Bildhauerei und architekturbezogene Medien Lutz Dambeck Analoge und digitale Bildmedien Ulrike Großartübergreifendes künstlerisches Arbeiten, Mixed Media Martin Honert Dreidimensionales Gestalten Ralf Kerbach Malerei, Bildnerisches Gestalten und Bildforschung Christian Macke Tanz Malerei, Wilhelm Mund Bildhauerei Wolfram Adalbert Schäffler Bildzeichnung, Grafik Malerei Christian Seri Interdisziplinäre und experimentelle Malerei Karl Emanuel Wolf Bildhauerei Restaurierung Restaurierung wird unterrichtet von Thomas Danzel, Ursula Haller, Christoph Herm, I.V. O. Moorman und Andreas Schulze Bühnen- und Kostümbild Den Studiengang Bühnen- und Kostümbild betreuen die Professorin Barbara Enes, Marc der Geller und Katrin Michel Theaterausstattung Die Ausbildung im Bereich Theaterausstattung tragen Jens Büttner, Ulrich Eisner, Michael Münch und Gabriele Schoss-Jansen Kunsttherapie Der Aufbaustudiengang Kunsttherapie wird von Doris Titze geleitet Übergreifende theoretische und anwendungsorientierte Lehre Übergreifende theoretische und anwendungsorientierte Lehre erteilen Olaf Lauströhr, Konstanze Perestit, Marübel und Bettina Uppenkamp Ehemalige Künstlerprofessoren Zahlreiche bekannte Künstlerprofessoren wie Canaletto, Giovanni Casanova, Kaspar David Friedrich, Gottfried Semper und Eugen Bracht verliehen der Akademie ein internationales Ansehen Oskar Kokoschka und Otto Dix haben mit ihrer Lehrtätigkeit in Dresden eine lange wirkende Malertradition begründet Zu den ehemaligen Kunstprofessoren gehört auch Hans Grundig Er war der erste Rektor der am 17. April 1947 wiedereröffneten Dresdner Akademie der Bildenden Künste und Professor einer ihrer Malklassen Punkt Bekannte Studenten Trivia Der ehemalige Schüler Wilhelm von Kügelgehen schildert auszugsweise in seinen berühmten Jugenderinnerungen eines alten Mannes Die in millionenfacher Auflage erschienen sind, den Unterricht und das Leben an der Kunstakademie, an der auch sein Vater Gerhard von Kügelgehen als Professor unterrichtete Das erstmals 1870 von Philipp von Natusius herausgegebene Buch gehörte zu den meistgelesenen seiner Zeit und ist auch heute noch sehr lesenswert